Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online und zwar wir sind jetzt hier mit dem Herr der Herrschaft und ich habe ja den Aminos Rang erlangt und man merkt, ich habe es schon gemerkt, die Gegner sind echt schwieriger geworden und ja, das könnte jetzt lustig werden auf jeden Fall und ich bin wieder euer Nino, denn no, vielen Dank ihr euch eingeschaltet habt, ja. Ja, Aminos, ich glaube, ich werde meinen Rang Aminos, glaube ich, verlieren hier in dieser Aufnahme, da bin ich eigentlich davon überzeugt, weil es echt schon schwer teils, weil man muss echt vieles, es kommt noch ein bisschen auf die Gegner an, aber es gibt schon echt Leute, die sind kündert echt gut, so. Gut, dann wärmen wir uns noch mal kurz ein bisschen auf, trainieren hier noch mal ein bisschen die Finger, irgendwie so Fingerübungen, die ihr nicht sehen könnt, ganz klar, 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 keine Ahnung. So, ja, das könnte lustig werden. Okay, wir sind gleich voll, wir haben als Gegner Anna, LL, 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 mich, LL, LL, Sanak, Sapporo und der letzte Spieler heißt, er wird noch ausgewählt von unserem Auswahlverfahren. Mhm. Und da haben wir diese, ach da, Summa, so, aller Aminos plus ein A, ein A-Typen, das kann lustig werden, vor allem diese Map, Bucasus-Skate-Pack wird scheiße und Blau-Plasten-Depot. Äh. Aber vor allem Bucasus-Skate-Pack, das ist so eine Map, die, die ist beim Wanket echt gefürchtet, also die, da habe ich echt Angst vor, ich habe ja auf M-Sat, äh, das hat mal gewechselt, weil hier muss ich, darf ich nicht mit Waffen rumtesten, das würde nur mein Rang kosten, das möchte ich nicht. So, tja, dann wollen wir mal, ne? Ja, das ist lustig. Ich werde hier schon mal viele, viele Schimpfwörter einstellen. Ja, toll. Mengen Sie mir Scheiße, boah, warum, 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 warum mache ich nicht den bei rechts auch erst, ne? Toll, die haben den einen schon mal eingenommen. Geil. Sehr schön. Hat wieder einen Spaß hier. So, dem gehört das, das gehört grün. Komm schon, kriege ich auch wohl, ne? So, jetzt hier mal Uno. Nein! Oh Mann, du bist doch doof. So, Herrschaft Uno erlangt. Plop, ja gut, lange, das ist doch klar, dass es nicht lange halten wird. So, hier nochmal. Ah, hier, wunderbar, nochmal ein Kill, wunderbar, sehr schön, wunderbar, sehr schön, auch ein Wort hier. Ist da oben einer drauf? Ne, ne? Oh, da ist noch einer. So, weg mit euch, weg mit euch. Schön weg mit euch. Da hier nochmal Echo Locator. Da kommt einer von links. Oh, warte mal, bin ein bisschen gefährlich. Ah! Oh, der hat einen Blastock gehabt. Das war sehr gefährlich, diese Blastock. Der hat das noch alles grün. Da ist einer zerplatzt. Dann kommt da nochmal eine Rolle. Ah, verdammt. Das war doof. Das war sehr doof. Äh, wie gegen eine Schwererschaft, echt? Boah, schade, verdammt. Äh, super toll. Aber vor allen Dingen so Roller da oben, die sind halt auch mal sehr fies. Wo ist der Typ hin? Hier war doch gerade nur einer. Da, von hinten. Ja, ich habe mich auch getötet. Dann kann der andere Grüne da wenigstens reinfärben, hoffentlich. So. Kommt schon, Leute. Kriegt er doch dahin. Oder ist ein Tintetal, habe ich halt gesehen, ne? Ja, wollte doch sagen. Danke. Oh, Dankeschön. Gut, hat der mich nicht getötet hat. Das wäre ein Ruf wieder. So, Herrschaft wieder lang. Sehr schön. Herrschaft wieder. Ja, sicher. Boah, ich hasse Schülter. Ich muss weg. Ich muss weg. Äh, ich hasse Schülter. Ja, sicher. Mein Gott. Äh, ich hasse diese Turboblaster. Echt schlimm, die Dinger. Wohin, ja, war ein Turbul, war es vielleicht nicht so mit Kugeln? Doch war einer mit Kugeln, ne? Ja. So. Kommt da einer? Da oben ist es nur einer. Hallo, wo kommt der her? War gerade noch nicht da gewesen. Ah. Wow. Okay. Oh, da kommt der erst mal klar. Das ist nicht so geil. Ja, ist ja okay. So, weg mit dir. Ah. Ja, Tintetal. Mein Tintetal, was will ich da machen, ne? Außer springen kann ich auch nicht viel mehr machen. Obwohl es für uns, muss ich gar nicht sagen, besser aussieht hier im Team. Aber sowas könnte ja sehr schnell ändern, wenn nur ein Fehler passiert. Muss man da mal aufpassen mit. Mal da ist schon wieder einer. So, gut, da hat wir den getötet, haben wir den nicht getötet, hätte. Ah, guck. Ich krieg den nicht getötet? Och, komm schon. Ja, sogar gegen die Schärschung. Mäp. Okay. Also sagen wir den Zähler mal sehr schnell an. Oh, das ist jetzt schlecht, hat der jetzt einer nach vorne gewascht ist. Wo? Wow, da war einer drin gewesen. Und da hat sich einer einen Sender hingestellt. So einen Sack, ey. Ich habe die zwei Sender hier auf der Karte hingestellt. Dann müssen wir mal weg machen. Die sind sonst echt recht nervig. War einer drin gewesen? Ja, sie... Hä? Wo? Oh, der kam da gerade hoch. Toll. Ja, und jetzt sieht man jetzt... Jetzt beginnt so ein bisschen das Failen. Was nicht so geil ist. Oh, Mann, oh. Ich gewinne... Mach! Guck! Mh! Das ist doch unfair. Ja, sicher. Okay, jetzt... Jetzt haben sie irgendwie... Einen Bonus. Und das ist schon doof. Jetzt kommen wir halt dem Ende her. Wenn das halt jetzt einmal passiert, ne? Dann ist es halt echt doof. So, dann kommt man wieder grün. Was ist hier oben so los? Ja, komm. Ich wusste ja wohl getroffen. Ein bisschen... Ich hab die null getroffen. Boah, family. So Roller sind doch hier in der Map gerade echt geil. Weil die da oben stehen können. Die ganze Zeit die Farbe runter. Schmeißen können. Fahre ich mal. So, weg mit dir. Okay. Aber wir sind immer noch gut. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, dieser Typ, ne? Bitte. Oh, nein. Na ja, du musst doch... Leute. Nein, nicht der Gegner führt. Okay, das ist jetzt doof. Ja, sicher. Aua. Und bitte was? Hä? Ach, komisch schon. Na gut. Ich meine, die kriegen es doch nicht für den Gesamtsieg. Aber trotzdem haben wir leider verloren. Das war's. Sehr schade. Und das ist halt dieses Gefährliche hier. Ich meine, es kann sein, dass ein Team gut ist. Aber es muss nur irgendwie ein großer Fehler passieren. Und dann kann das andere Team diesen Fehler ausnutzen. Und dann ist es schon fast vorbei. Und dann nochmal rauszukommen ist schwer. Ach ja. Ich glaube, zum Schluss haben wir echt nochmal viele... Boah, 12 Deaths. Alter. Wir haben gut angefangen. Aber schlecht geendet. Ja, minus 10. Juhu. Wunderbar. 320 plus. Das ist ganz nett. Aber die haben sich ja auch ihre Zwayzes Pellingsender aufgebaut gehabt. Das sieht man jetzt hier nicht. Also sie gerade nicht. Aber die waren auch so gut gewesen. Sehr nah auch bei uns gewesen an der Base. Ach ja. Ui. Das war dann... Uiuiui. Aufregendes Match. Würde ich mal sagen. Aber wenn wir jetzt noch 5-Track-Den da... Na, ne, der nicht. Oder? Passmusik. Der hier. Der hier. Der hier. Na, warum nicht der? Den mag ich eigentlich. Quack, quack, quack. Quack, quack. Blä, 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 blä. Ich glaube, so ungefähr haben die die Sounds gemacht. Dann noch ein bisschen hochgepitcht und dann passt das. Wack, blä, 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 blä. Wack, blä, blä. Wack, blä, blä. Äh, ja. Plus, natürlich. Äh, sind doch nur Japaner, glaube ich, ne? Oh, ich glaube, das hat Boris auch einer. Glaub ich. Sag ich mal. Ich sag einfach was auch einer. Ja. Toll, nur Japaner. Hey. blauen flossen depot da habe ich schon mal wanker drauf gespielt die herrschaft das geht eigentlich finde ich komisch dass es nur eines ton ist aber wenn es beide wäre echt ein bisschen krass wenn es beide wären so lalalala weil das die beiden zweiten ich glaube das wäre echt eine große herausforderung aber das ist auch sehr weil es halt auch ein bisschen schwer muss man sagen hier also nicht so einfach hier hier ganz immer zu halten und vor allen dingen die haben dann zwei band hin da könnte ich mir jetzt schon darüber aufdenken das musste sein musste sein aber ja gut ich habe zwei getötet aber jetzt wie kaltes wasser geschwungen aber sonst hätte der andere mich bekommen glaube ich auch aber glaube ich ganz gut gewesen und wir haben den ersten sieg so schon ganz gut die erste herrschaft wird aber sich nicht lange halten wenn ich da reinkommen ich war ja toll wo der wird mal getroffen sehr schön kein grün wird gerade ein bisschen die mangel genommen und herrschaft verlangt sehr schön aber das ist ja auch cool dass es so rampen gibt dass man immer so in und her wechseln kann also nur von einer seite halt ne ja natürlich kommt auch mit dem tinten litan oh manno so wir waren bei 540 gewesen jetzt ist gegner schärfer aber klar gewesen das war klar boah das ist nervig ja nicht ein hallo aufnahme ist okay hallo aufnahme ist okay aufnahme bist du nur da oder leckst du einfach nur ne vorschau ich hoffe die vorschau hat gerade geleckt ich hoffe es einfach mal maaa natürlich irgendwie hat gerade die aufnahme vorschau geleckt gehabt ich hoffe das ist einfach jetzt die sache gewonnen naja wir werden später sehen der gegner führt ach was du nix da hast boah jetzt hat sich hier auch einer nach oben weißt du da muss man erst mal sich drauf konzentrieren ja sicher weißt du jetzt kommen ja nicht mehr ran willst du sagen oder wie kommt schon kommt es darf nicht das darf nicht sein ja sicher boah schon wieder so ein scheiß ist hinten titan ne weil euch ihr müsst was machen oh manno und wieder ciao boah ey alles weißt du hast am anfang geführt und zum ende hin machst du einfach sowas oh manno ja toll tja ich hoffe die aufnahme ist jetzt noch so cool das hoffe ich mal wenn nicht darf ich angleichen findest du geil naja mal schauen mal schauen mal schauen mal schauen ja minus 16 ist wunderbar ich weiß ich hab euch auch lieb spielen ja 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 ist ok ist ok ja kann fortsetzen ach mann und anfang war gut aber dann irgendwie oh ging nix mehr so ich will mal kurz einen kleinen synchronen test mal gucken ob das geht ich sag dafür kannst du mal kurz nix musik ja keine ahnung ich glaube das sieht so cool aus ich hab keine ahnung kann ich grad nicht so gut nachschauen ne so wir haben jetzt wieder den saporo fringo bbb dm und misau und wachi alter a plus leute ne alter mit dem mindestens einen ich werde entweder dmi oder wachi mein team haben mindestens einen davon sonst gibt es hier aber stress entweder dmi chi oder dem wachi a ich komme nicht hier mit chi der hat einen roller was der ist mit einem roller das a plus plus ok warum nicht warum nicht er kommt da hoch also die eigene zone wird man ja wohl noch eingefärbt bekommen irgendwie ne stimmt da war so ein scheiß ding gewesen so toll dass wir dann gestorben von uns so weg mit dir ja natürlich von wo denn von oben mhm mhm nur ein platzscher ist eh uiuiui mhm Gegnerscherschaft das ist wieder sehr schön da ist schon wieder so ein scheiß tin titan gewesen ach gehen wir doch in dem kekstar so ja aber ich habe ihn auch getötet ne ich wurde vom mediuser schlacksteller ok aber jetzt habe ich ihn getötet das ist ganz gut ach komm leute ey ihr müsst doch was reißen kann ja nicht wahr sein vor allem das ding da oben das geht so auf den kekstarrat weil ich wollte das ding da oben weg haben hab ich das wegbekommen weis es nicht haha hab es wegbekommen ach ja wieder neutral ach herrscht ja dann cool sehr lange gehalten weg da ja ach cool ist ja sehr interessant wo die Gegner wieder ihre dinger platziert haben ups nein war nicht cool ah das sind unsere dinger ah toll ja das sieht sehr schön aus komm her du meme ach leck mich doch das ist doch unfair wir sind verarschen ach man oh ich hasse es so runden ne hier geht einfach mal wieder gar nix da ist schon wieder so ein scheiß ding oben so weg mit dem so lass die lassen wir mal neutral jetzt gehen wir jetzt hier so auf den gegst der andere versucht er jetzt nur für seinen scheiß tintitana hier aufzufüllen so dankeschön so welch ich hier oben lang was ist das denn feiner das ist unser ja äh kann er nicht boah nochmal rumspiel ja sicher habe ich hier nicht schutz ich habe hier eh glaube ich schutz spawnschutz mir geht das so auf den keks ne und schon wieder so um so ein scheiß ding wollte ich jetzt haben also musste ich mich voropfern so boah das kann ja nicht wahr sein oh diese runden heute ne echt nicht geil verarschen in der luft hat der mich getroffen ja natürlich mache ich auch mein gut und einstellen die ganze zeit dieses scheiß ding da oben hin ne so das ist schon wieder weg ja toll schön ja wunderbar ja gut gemacht toll buje sniper typ man oh schwer ge... boah Leute ihr müsst dann nochmal wenigstens die zone die muss weg ja ja ey du kater ist ganz nett da wir bauen die andere zone noch schnell wo ist der andere hin da wo ist der jetzt hin keine ahnung ich habe jetzt was gemacht ja meiii ja ah bitte sperrtenzone oh mann oh herrschaft oh cool herrschaft aber bringt uns nichts wir kommen nicht mehr auf elf runter wir werden nicht mehr auf elf runter kommen alter ey wo kommen die eigentlich teils her die leute äh kann das doch nicht wahr sein hier so herrschaft mal kurz erlangt hier so ich geh mal kurz hoch ne vielen dank cool wann ist das doch klug vor allem so was da hat ich ihn getötet nö alter ja ja verloren aber wie viele punkte habe ich noch bis ich wieder auf b plus bin ich glaube das war ja guck mal 212 hallo die spielen alle nur mit roller und sind gut was ist denn das ah cool ich darf noch mal 6 mal verlieren einmal verlieren darf ich noch geil ja gut Leute wir spielen jetzt mal wieder den schönen Revierkampfmodus ein bisschen entspannen und wir sehen uns mal wieder mit nache nachdem weg hin in 夫